Tante Annie ist da! Liebe und Liebe Sieht sie nicht einfach umwerfend aus, Paar? Ja, irgendwie eine runde Sache. Ich habe Medizin studiert und da wird absolute Ruhe empfohlen. Ich halte jahrelange Erfahrungen für hilfreicher als ein Studium. Ja, das mag Ihre Meinung sein. Ladies, ich bin doch kein Sack Kartoffeln! Inspirierend, humorvoll, romantisch. Wir reiten jetzt schön ruhig nach Haus. Und bitte nicht wieder so ein Rumgezickel. Liebe bleibt ewig. Jetzt auf DVD.